Der Coronavirus wird noch lange wüten. Es wird noch viel mehr Angesteckte geben. Bei dem ersten Anfang und noch nicht das Ende der Corona-Krise. Und er ist schnell überträgbar. Man muss ein Land nur die Hand geben und schon hat man den Coronavirus im Mittelalter den Pest gehabt. Und heutzutage ist einfach der Coronavirus, der gekämpft werden muss. Und ich denke, es wird sicher noch ein Jahr oder noch länger gehen, bis der Coronavirus besiegt wird. Denn es gibt noch keine Medikamente. Und es ist jetzt einfach eine Epidemie, die bekämpft werden muss. Und irgendwann wird man das Medikament gefunden haben gegen Coronavirus. Und dann ist er besiegt, so wie im Mittelalter Pest besiegt werden kann. Und das ist jetzt schon einmal ein Jahr. Und dann wird er mitmachen in der Zwischenkraft. Und dann fünft das, dass wir das